So, das Feld ist auch fast voll. Gut, jetzt meckere ich nicht mehr lang am Fernsehprogramm rum, muss ja nicht mehr. So, apropos Bäumchen, so. Mache ich hier mal eins her, hier eins, hier eins, hier eins. Ich will hier ein bisschen den ländlichen Stil reinbringen. Deswegen, hier noch ein. Hier will ich ein. Da einhören. Sonst sieht das hier ein bisschen kahl aus und das will ich jetzt auch nicht unbedingt. So, ein Bäumchen haben wir noch. Das stellen wir schön hier hin, so. Dann wird es hoffentlich auch bald schöner. So. Und ich bräuchte Zuckerrohr. Hm. Hier haben wir noch Cobblestone, Erde haben wir noch, Glas haben wir noch. Ist ja schon mal gut. So, ein Fansgate könnte ich bauen. So, dass man sich das Feld auch wirklich abschließen kann. So. Da, 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 oder? Ich baue die jedes Mal. Ja, ich habe es auf Anhieb richtig gemacht. So, Schaufel. Habe ich eine lädierte Wolle. Dann verpacke ich hier auch mal gleich die zwölf Wolle. Vier, vier Stück. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Kann ich hier die Wolle reinballern, so. Danke. So. Also so wird nach und nach der Teppich mal auch größer, so. Bringe ich da drüben mal das Fansgate an. So. Ah, ich kümmere mich momentan, echte Minecraft, nur fürs Erste um Rohstoffsicherung. Und ich nehme schon mal die Schere zur Hand. Es könnte ja doch... Au! Ah, da hat sich mein Schienbein quert. Durch mein Knie gemeißelt. So viele nackte Schafe hier. Ah, die Sturz... Äh, der Sturzahn ist ja echt ekelhaft von Minecraft jetzt. Oh, Lillipads. Cool. Will ich aber nicht. Ein paar Ranken. Muss ja auch nicht. Ein Schaf. Noch mehr Schafe. Juhu. Juhu. Jetzt habe ich bald in der Umgebung alle Schafe nackig. Müsste ich dann alle mal Not schlachten, wenn ich was zum Essen kriegen würde dafür. Aber rentiert sich nicht unbedingt. Oh, noch mehr Schafe. Ich darf nicht vergessen, wo ich hinlaufen muss. So, Bäm. Bäm. Du bleibst hier. So, dann haben wir noch ein bisschen mehr Wolle. Die Kohle müssen wir direkt mitnehmen, wenn sie direkt hier im Offenen rumliegt. Das muss einfach. So, zwei Kohle. Man will ja nichts verkommen lassen. So. Wo finde ich jetzt das Zuckerrohr? Ach komm. Versenkte Kohle. Na, irgendwie baut er unter Wasser echt langsam ab. Na, jetzt komm. Geh kaputt hier. Na, komm. Du schaffst es. Ja. Komm, das kriege ich auch noch. Komm, 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 komm. Jetzt geben wir gleich wieder die Luft aus. So, ja, genau. Ja. Ah, hört sich das ekelhaft an. Erstmal wieder ein Brot. So, das Fleisch haben wir ja auch wieder vergessen. Noch mehr Schafe. Schweine. Ah, wenn ich jetzt schon einen Gatter hätte, dann könnte ich sie mitnehmen. So. Die Fenster, das kann ich mal wegpacken. Jetzt will ich mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Mann, reiche mir mein Schwert, bitte. So, Schwein. Du kommst auch dran. So. Wir sind so flink, die Viecher. Das ist ja brutal. So. So. Und ich hab so die Befürchtung. Ich find das nicht, was ich will. Ich glaub, ich geh mal ans Wasser. Äh. Hühnchen hab ich jetzt keine Lust drauf. So, ich... Ah, das... Sieh da wieder den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Hergekommen und du auch. So. Du kommst mit. Jetzt hab ich ein paar von den Teilen. Dürfte ja jetzt reichen, dass ich schon mal eine Zucht aufmachen kann. So. Dann geht's wieder zurück zum Häuschen, wenn ich zurückfinde. Aber... Ich glaub, ich bin da zuversichtlich. Und wieso läufst du nicht hier durchgehend? So. Schafe! Schön, euch zu sehen. Drei Stück sogar. Ich bin ihr erfreut. Ich gewille an eure Wäsche. An eure Wolle. Ich bin per Wärso. Ich will euch nackig sehen. So. Dann haben wir das auch. 41 Wolle. Aber können wir wieder ein bisschen... Ausbauen, ne? Ein bisschen. So. Jetzt hoffe ich, das ist der richtige Weg. Ja, ist es. Juhu. So. Hui. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da rüberkomme. So. Jetzt mach ich hier wieder ein Wassergraben. So. Brauche ich wieder einen Eimer. So. Und ich... Mein Charakter hungert auch schon wieder. Äh, da war es nicht drin. Da war es. Haben wir hier Fleisch. Dann hier nochmal. So. Dann hau ich mir erst mal Brot in die Kiemen. So. Alles, so. Ich muss auch weg. So. Wer ist das denn sonst? So. Was wollte ich jetzt? Die Eimerchen. Brauche schon wieder mal die Eimerchen. So. Die Hogan weg. Die Schaufel. Bleib mal hier. So. Ach, zwei Eimer reichen. Scheiß drauf. Brauche nicht alle drei. Für was denn auch. So. Türchen. Ah, es wird schon wieder dunkel. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ich kann mich ärgern. Jedes Mal dasselbe. So. Baue ich hier noch ein bisschen Wolle rein. Ah, haben wir eh bald den Boden voll. So, dann mache ich hier dicht. So, 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 so. Aber jetzt gehen wir in der Umgebung bald mal die Schafe aus. Muss ich auf die Zucht umsteigen. Damit das hier mal vorangeht. So. Irgendwie finde ich Minecraft so dunkel hier. Sind meine Räume zu groß? Könnte das die Möglichkeit sein? Wenn ich das hier erinnere, mittendrin was spawnt. So, jetzt hier den Teppichboden rein. So, sechs Stücke noch. Ah, sieht ja schon stattlich aus hier. Und so schön gemütlich. So. Hingelegt. Und da wie mein, mein Bücherfältchen mal anfangen. So. Na, Enderman. Wie, du klaust mir was. Dann klaue ich dich. Bis zum Fuht und noch viel weiter. So. Ja. Da brennt die Nachbarschaft. So. Und gleich kommt irgendwo ein Creeper um die Ecke geschissen, oder? Ich glaube fest daran. Ich kenne Minecraft. Mittlerweile. Und jedes Mal kommt ein Creeper. So. Kannst mich mal am Arsch lecken da. Scheiß Skelett. So. Auf hier. Auf, auf. Nein. Muss ich da reinfingern. So. Nee. Ich will doch nur die Tür zumachen. Es sei mir doch vergönnt. So. So. Haben wir das auch gleich. So. 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 Und zack. Dann baue ich natürlich die Dinger gleich mal an. Ach. Nee. Roten. Roten Fleisch raus. Roten Fleisch. So. Dann kann das Zeug mal wachsen. Habe ich noch Holz dabei? Ja. Genügend. So. Schaufel. Nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So dumm. So dumm. So dumm. So dumm. So. Machen wir hier mal wieder dicht. So. Dann machen wir hier noch so ein Ganglein rein. Wir sind aber ein echter Bauer hier momentan. Alles pflanzt man an. Jetzt wären halt Melonen zusammen und so ein Zeug noch cool. Oder ein Pumpkin. Ein paar Pumpkin-Seals. So. Habe ich das auch mal. Wachst. Meine Freunde. Wachst. So. Bisschen rumgesponnen. Bisschen rumgesponnen. Muss hier auch mal wieder sein. Jetzt machen wir hier noch ein paar Kisten. So. Die 64 auch noch rein. Zwei Küsten. Drei. Ah. Vier Kisten dürften reichen fürs Erste. So. Brutzelst du noch? Nein. Er ist fertig. So. Platzieren wir hier noch ein paar Kistchen. Aber ich glaube ich werde noch ewig viel Zeug hier kriegen. So. Das wird die Erdkiste. So. Schon wieder verplant. So. Dann mache ich hier, glaube ich, einen Abstieg. So.